Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizons Daybreaker. So, ihr habt mir hier einen Crusher? Wir haben einen Crusher. Denn ich brauche ein Obsidian. Okay, das ist ein... Wie krieg ich daraus jetzt ein Inget? Inget in a Enrichment Chamber. Oh, ah, ah, ah. Oh, juckt, Entschuldigung. Enrichment, Enrichment Special. Jawohl, für unseren lustigen Atomic Dissembler. Der wird cool. So, okay, also. Ich brauche ein Refined Obsidian Inget, ja. Osmium Compressor. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal einen Osmium Compressor. Wird gemacht, wird gemacht. Ähm, Osmium. Mein Ohr, au, Mann. Doch nicht immer in der Aufnahme, Mann. Osmium Compressor. Okay. Vier Enriched Alloy. Steel Casing und die Advanced Dinger. Äh, zwei Stück, ne? Also, zwei Mal Os... Äh, ähm, er hat auch zwei Mal Osmium. In Redstone getunkt. Das ist Kohle. Das ist Redstone. Vielen Dank. Hier ist alles gut. Ja, äh, Stahl. Sehr gut. So, ich brauche noch... Osmium habe ich. Okay. Dann brauche ich... Ja, Stahl. Osmium. Da kriegst du das hin. Du kriegst das hin. Du bist ein tolles Ding. Wunderbar. Osmium. Dies, das, jenes. Achso, die werden gerade gebacken. Moment. Moment. So. Zwei hiervon und... Ach, verdammt. Ah, doch, habe ich dabei... Ja, da, da, da. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Eins, zwei. Sehr gut. Dann... Zwei Buckets. Bucket, Bucket. Der legt automatisch nach. Das ist auch sehr schön. So, die Sticks können wir raus. Beziehungsweise, die Sticks können wir hier so austauschen. Ähm, ähm, ähm. Und nun... Läuft bei uns. Nice. Okay. Wohin mit dir jetzt, mein Freund? Du kommst mal in diese Ecke. Dorthin. Lebe einen mit Abstand. So. Ich sag ja, meine Stimme ist heute... ...nicht so ganz on top. Das sieht echt geil aus. Wie so eine Wäscheleine, ey. Hihihi. Osmium Compressor. Okay, also muss ich mein Obsidian mit einem Osmium kompressieren. Liquid Osmium. Interessant. Und nun? Was fehlt noch? Irgendwas fehlt. Ähm... Ähm... Hm. Refined. Ach ja, genau. Verdammt. Stimmt. 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 Das heißt, ich muss meinen letzten Diamanten opfern. Uh, yeah. Das find ich nicht so cool. Ähm... Im Enrichment Chamber direkt. Crusher. Einmal Crushen. Und dann Enrichen. Dann haben wir jetzt 10-fach Diamant. Ja, immerhin nicht. Hey, 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 hey. Oh, okay. Läuft. Gib mir das. Los, los, los. Was? Nein. Ähm... Moment. Moment. Compressed Enrichment Chamber. Diamant. Ach, der Diamant selbst. Okay. Okay. Nächster Versuch. War nicht schlecht. Äh. So. Dann muss ich dann mal eben einen mal hier leer machen. Was ist denn mal hier drin? 300 und hier haben wir 200 irgendwas. Ähm... 15 Eisen. Ui. Das kann dauern. Na toll. Na toll. Was braucht man dafür sonst noch? Klar, die Dinger. Ein Sohn-Ding. Die muss ich infusionieren. Deswegen... Obsidian. Das ist auch nochmal. Warte mal. Compressed gibt's aus Refined. Ne? Refined muss ich so oder so machen. Wunderbar. Ich glaube, ich brauche einfach einen dritten hier von. Simple SZ. Und... Ähm... Nee, äh, 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 Dingens, Dingens, äh. Ich kann mir den Namen nicht merken, ne? Es ist ganz furchtbar. Metallurgic Infuser. In... Infuser. Okay. Zwei Öfen, ne? Was mir um unseren Co... Äh, um unseren Schiff, meine ich. So. Eins, zwei. Hopp. Was fehlt? Der zweite Ofen. Nu aber? So. Okay. Ich brauche nochmal ein neues Pinöpelchen. Ähm... LV... Pinöpel. Harden, Clay und Copper. So, 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 so. Copper. Dankeschön. Ach, man hat's nicht leicht. Du und... Du und... Du. Zack. Ich hoffe, das reicht noch. Reicht noch. Oh man, oh man. So. Diamant. Obsidian. Dust. Nummer 1. Ah, alt. Ja, doch, war richtig so. Ähm, ich war noch am zweiten, ne? Enrichment Chamber. Ne, erstmal crushen. Crush, crush? Ne, doch enrichen. Oh Gott. Diese... Ah, Maschinen machen mich irre. So. Ich hab doch... Hä? Hab ich da auch Zweige rausgekriegt? Ach, ich hab keinen Plan, keinen Plan. So, okay. Achso, das hab ich da... Drüben noch drin liegen, okay. Okay. In... Diesem... Diesem... Hallo? Ach, äh, genau hier. Hier. Äh, refined. Bitteschön. So, da können wir noch ein zweites machen, denn das brauchen wir sowieso. Nein, Fresse. So, refined obsidian... Refined obsidian ingot. Nice, so. Dies, dies, ist, dies, die... Ha, so. Okay, als nächstes brauchen wir die lustigen Atomic-Dinger. Und zwar fangen wir an mit... Also, ein Enrich in ein... Ah, ich meine, noch vieles Ding davon, glaube ich, ey. Alter! Was geht denn mit den Dingern? Aber dann... Hab ich alle, ey. Eine Güte. Ähm. Metallurgic Infusion. Äh. Wat ein Chaos. So. Letzte hiervon. Dann haben wir von denen... Von denen... Allen, die wie möglich sind, ey. Alter, Falter. Obsidian. Okay, ähm. Okay, okay, okay. Obsidian compressed obsidian. Dann gibt's Refined in Enrichment Chamber. Bitteschön. Mein Gott. Jetzt waren wir mal ganz schön fleißig. Und haben ganz schön viel Fleiß gemacht. Okay. Jetzt verschwenden wir auch keine, äh... Dingens mehr. Keine Ressourcen. Alles wird gut. Okay, dann brauche ich jetzt mal noch so ein... So, so ein Ding. Genau, dich. Einmal in Diamant düppen. Und einmal in Obsidianen dippen. Sehr, sehr gut. Reinforced. Und... Atomic. Atomares Mischzeug. Yay. Dann fehlt noch das Ding. Und dann haben wir das geschafft. Gut, dann brauchen wir noch eine Charging Station, um das Ganze aufzuladen. Und dann... Hier geht die Luzi. So. Da habe ich gesagt, Gold baue ich. Drei Stück. Für... Für dieses Ding. Ähm. Ja. So. Kann es das jetzt? Nee. So. Atomic Dissemble. Storage Energy. So. Ähm. Was brauche ich? Ein Charge Pad? Reicht ein Charge Pad? Wahrscheinlich. Nee, ein Charge Pad ist es nicht für den... Für den kleinen Roboter? Charge Pad. Ich probiere es einfach. Wisst ihr was? Ich probiere es. Kostet nicht viel. Zwei Stahl, vier Pressure Plates und noch so ein Ding. Ja. Machen wir, machen wir. Charge. Wenn es nicht geht, dann haben wir halt schon mal Charge Pad für den lustigen kleinen Robot. So. Das einmal. Und. Eins, zwei, drei. Und zwei Stahl. Zack. So, vier Nippel habe ich noch. Ich brauche noch... So was. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Mein Gott, hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Krieg... Oh Gott, wie kriege ich... Moment. Ähm, kann ich das vielleicht einmal wirklich hier mitten im Raum? Okay, es geht auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Nee, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Ich hätte es gern hier dran. Oh shit. Aber ich kann noch drauf steppen. Das funktioniert schon mal nicht. Okay, wir gehen nach oben und schließen es direkt da an. Ähm... Moment. Nimm das mal und diese Dinger brauche ich. Dann gucken wir mal. Ob das... Oh. Dann gehen wir aufs Dach eben. Hui. An die Maschine. Genau. Input. Ist jetzt viel Input, ein Output? Ja, ne? Äh, Mist. Ich brauche einen zweiten Charging Cube, ey. Das geht doch so nett. Ähm... Oder... Nee, doch. Ich bin zweiten. Nur einen kleinen Cell. Nee, Cube, ne? Jo. Ein kleiner Grün erreicht. Zwei davon. Three Casing. Okay. So. Ähm... Hier von... Oh. Keine Aloys mehr. Ist das richtig so? Glaube ja. Hui. Redstone, ne? Hier Recipes. 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 Äh... Ja. So. Du kommst. So. Wunderbar. Eins habe ich noch. Ha. Okay. Zwei Reichen. Schön, schön. So. Die zwei. Dann einmal ein Steel Casing. Ja. Und... Dann zusammenbauen. Eisen... Redstone? Nee, Redstone kommt an die Kanten. Und hier die Tablets. Boom. So läuft das hier. Dann... Können wir hier noch zwischenspeisen. Das wäre ganz gut. Wenn ich das hier dran... Machen könnte. So, also quasi... Das Ding kommt weg. Erstmal. Dann... Ähm... Kommt. Hallo? Danke. Das hier dran. Und... Das da dran. Du solltest dich füllen. Jawohl. Und dann machen wir das Ganze... So. Ja. Läuft. Okay. Der Atomic Disassembler... Willst du... Ja, er lädt. Er lädt. Er lädt! Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Ich mache gerade so ein... Wobblearm Dance. Das kann zum Glück keiner sehen. Oh mein Gott. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben einen coolen... Atomic Disassembler. Das ist quasi eine Spitzsacke, ne? Spitzsacke, die super schnell ist... Super... Super fancy. Konnte man hier umstellen? Ah ja, genau. Das Ding hat, glaube ich, einen Vein-Mine-Mode, oder? Das ist so geil. Metanon. Wir werden es sehen. Erstmal müssen wir jetzt hübsch laden. Dance, 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 dance. Woo! Okay, ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge. Wir werden wir das Ding endlich ausprobieren können. Bis dahin. Ciao, ciao!